Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder CSL-Computer und zwar mit dem PC CSL Speed 4534 Core i5 DLSS3 Powered by Asus für 999 Euro runtergesetzt von 1099 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie letztes Mal im Video schon angekündigt, habe ich mich ein bisschen mit dem Thema mit diesen Key-Reseller-Seiten beschäftigt und es ist tatsächlich so, dass mir persönlich Nachweise erbracht worden sind, dass das ganz normale OEM-Keys sind. Es sind keine Volumen-Lizenz- Schlüssel, es sind keine Testversion-Schlüssel. Es sind ganz normale OEM-Keys, die ihr theoretisch auch bei Krodos, MyPC oder sonst wo bekommt. Das sind sozusagen Schlüssel, die an die Hardware gebunden sind, die ihr euch dann kauft. Ihr kauft ein Fertig-PC dann bei Krodos oder was und dann kriegt ihr ja meistens Windows dazu und dementsprechend ist dieser OEM-Key an das System gebunden. Da gibt es auch einen schönen Artikel bei Windows United und zwar steht hier, hier kommt der Clou, die produktgebundene Exklusivität von Software-Lizenzen ist in Deutschland nicht zulässig. Der Verkauf von gebrauchten OEM-Lizenzen, beispielsweise von älterer Hardware, ist völlig legal. In dem Fall sind es nicht mehr gebrauchte Keys, es sind ganz normale neue Keys. Wie gesagt, ich habe die Verträge gesehen, die CDK-Deals da hat, halt mit dem Großhändler, die darf ich leider nicht öffentlich stellen, aber für mich sieht es wirklich so aus, als wäre das alles in Ordnung. Ihr wolltet ja dementsprechend eine Reaktion da drauf und die habt ihr jetzt quasi bekommen. Was ihr jetzt daraus macht, ist euer Ding. Ich bin jetzt seit drei Jahren oder so mit denen gepartnet, es hat sich noch nicht einer beschwert, dass ein Key nicht ging und wenn ein Key irgendwie nicht funktioniert hat, dann hat er von denen sofort einen neuen gekriegt, weil die haben irgendwie 24 Stunden Support. Deswegen von meiner Seite aus, ich sehe da kein Problem, müsst ihr dann für euch entscheiden. Kommen wir jetzt aber zu dem System, das wurde mir vorgeschlagen von Gladiator, der ist auch andauernd hier nur am Posten. Hier Gladiator, da Gladiator, deswegen kommt der so oft vor. Das ist keiner von uns aus dem Team oder so, nur der postet einfach sehr viel und das System schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ja, das stimmt eigentlich soweit. Da ist wirklich ein Mikro-ATX-Board drin, da ist wirklich ein Top-Low-Kühler drin. Die Grafikkarte, gut, die kann variieren, aber hier ist sogar festgeschrieben, das passt soweit schon. Was das Betriebssystem angeht, haben wir schon mal keins mit dabei. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-14400F. Den hatten wir tatsächlich noch gar nicht in unseren Videos. Das ist ein 10 Kerner mit 16 Threads, 65 Watt TDP, kann sich allerdings 148 Watt reinschrauben, kommen wir gleich auch noch zu, ist wichtig wegen dem Kühler. Unterunterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 4800 MTS. Aus Erfahrung kann ich euch sagen, 3600er unter DDR4 ganz easy und auch 6000er unter DDR5 überhaupt kein Problem, sofern es nur zwei Riegel sind. Bei vier Riegeln ist das wieder so ein anderes Thema, das könnte instabil werden, aber bei zwei Riegeln passt das. Wir haben den jetzt hier in der Box-Variante. Da ist so ein Top-Low-Kühler schon dabei, ich habe ihn aber nochmal einzeln berechnet, weil er halt wirklich exklusiv aufgelistet wird. Mit dem könnt ihr auch zocken, streamen und so weiter, das ist völlig okay, wenn ihr jetzt natürlich eine richtige Render-Maschine wollt, weil ihr Videos schneidet oder was, nehmt einen stärkeren, aber für die Kiste reicht der. Der ist ein bisschen schwächer wie ein 7500F von AMD, also es gibt da einen Vergleich von der Seite von Hardware-Deals, verlinke ich in der Videobeschreibung. Und der kostet 214,56 Euro bei Mine Factory. Da sind wir auch schon beim Kühler, das ist der CSL Theta 31 PWM. Und hier steht es auch selber schon, der ist für eine maximale TDP von 120 Watt ausgelegt. Schauen wir uns den genau an. Deepcool Compact CPU Cooler Theta 31 PWM Intel. Ja gut, 120 Watt steht da jetzt nicht mit dabei, aber wir haben es eben gelesen. Der Prozessor kann sich im Turbo halt 148 Watt reinschrauben. Das heißt, die wissen eigentlich selber, dass der Kühler gar nicht für diesen Prozessor gemacht ist. Ich hätte da einen anderen genommen. Im reinen Gaming-Betrieb wird da nicht viel passieren. Nur wenn ihr den Prozessor wirklich zum Rendern und so nehmen wollt, wird es da ein bisschen eng. Und der kostet 16,90 Euro bei Galaxus. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 4060 Ti, beziehungsweise hier die O16G. Das Schöne ist, wir wissen, was wir bekommen. Ist eine Dual-Fan-Grafikkarte, ist jetzt nicht riesengroß oder so, aber die reicht in diesem Preisbereich locker aus. Die ist für Full-HD und auch WQHD-Gaming geeignet. 4K, eSports-Titel, ganz easy, klar. Ihr müsst immer so ein bisschen schauen. Benutzt ihr die LSS, benutzt die Raytracing, wie auch immer. Dafür habe ich ja einen Videovergleich bei mir in der Videobeschreibung, beziehungsweise einen FPS-Vergleich halt. Da könnt ihr euch selber so ein bisschen daran orientieren, welche Einstellungen wurden da genutzt. Dann könnt ihr ungefähr die FPS-Werte nehmen, die auch da drin stehen. Und die kostet 477,70 Euro bei Galaxus oder Notebooks billiger oder 0%shop.de. Mir wurde in den Kommentaren mal gesagt, dass das eher so ein Finanzierungsportal ist von Notebooks billiger. Deswegen nehmen wir einfach die Preise von Galaxus oder eben Notebooks billiger. Das Mainboard ist ein Asus Prime H610M-AD4. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen, aber hier ist jetzt genau das, was auch da drin verbaut wird. Immerhin haben wir hier auf der Seite gekühlte Spannungswandler. Kommt aber bitte nicht auf die Idee, irgendwie einen stärkeren Prozessor da drauf zu schmeißen. Das sollte schon bei den 14.400er bleiben. Dann haben wir hier noch zwei RAM-Bänke. Reicht den meisten auch. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und hier könnt ihr noch WLAN erweitern oder der Capture Card oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir einen Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, Onboard-Grafik. Benutzt sie bitte nicht. Nehmt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte. Hier ist sogar noch VGA mit dabei. Spricht wieder für ein Bürobord. Genauso wie die PS2-Anschlüsse. Ja, ich weiß, High-End-Boards haben auch PS2-Anschlüsse, weil das stabiler ist als USB, wenn man jetzt irgendwie übertakten will oder so. Aber ihr werdet das safe nicht benutzen. Und übertakten bitte bei diesem Board auch nicht. Nein, nicht machen. Geht mit diesem Chipsatz, glaube ich, sowieso nicht. Das ist wieder so schicke Grafikkarte, guter Prozessor, ganz, ganz billig irgendwie drumrum gebaut. Also das Mainboard gehört nicht in der Gaming-Kiste. Funktionieren tut das wohl. Aber ich hätte definitiv mal anderes genommen. Ihr kennt mich ja. Gerade diese Micro-ATX-Dinger in Full-ATX-Gore sind. Ich weiß nicht, was das soll. Das Ding ist jetzt auch, dass es kaum noch verfügbar ist. Deswegen kostet es 139,46 Euro bei Hamburg 04 über den Amazon-Marktplace. Wenn wir realistisch schauen, kostete das Board immer so zwischen 90 und 100 Euro. Was ihr jetzt daraus macht, ist euer Ding. Ich nehme jetzt die tagesaktuellen Preise. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4-RAM, Dual-Channel, 2x16 GB, immerhin 3200 MTS. Sie halten sich natürlich an die Spezifikationen von Intel. Kann man so machen. Ich hätte 3,6er genommen. CL16 wäre dann auch noch geil gewesen. Aber so ist es jetzt halt 32 GB in der Preisklasse völlig in Ordnung. Qualitativ ist der RAM auch okay. Ich hatte noch nie Probleme damit und ich habe den schon sehr, sehr oft gekauft. Zwar mit einer höheren Taktung, aber gut, die schmeißen jetzt halt nach Spezifikationen von Intel da rein. Und der kostet 74,75 Euro bei csvdirekt.de. Die SSD ist eine 1000 GB M.2 PCI Express 4.0 SSD Kingston NV2. Die hat eine Leserate von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibrate von 2100 MB die Sekunde. Die gibt es mit TLC und mit QLC Speicher. Haben wir schon 1000 Mal gehabt, diese SSD. 1 TB beim 1000 Euro PC völlig in Ordnung. Für einen Gamer reicht die halt. Auch von den Geschwindigkeiten her. Es gibt schnellere auf dem Markt, es gibt qualitativ bessere auf dem Markt, aber in dem Preisbereich okay. Und die kostet 61,88 Euro bei Mine Factory. Das Gehäuse ist ein Asus TUF Gaming GT301. Das bringt schon 320 mm Lüfter in der Front mit, der RGB beleuchtet sind und 120er im Heck, der nicht RGB beleuchtet ist. Es hat eine Mesh-Front. Optisch müsste es euch gefallen. Die haben ja immer diese ausgefallenen Designs, die so aussehen wie ein Panzer. Also finde ich zumindest. Es ist in Ordnung, das Case. Man sieht hier halt auch Mainboard bis ATX und sie schmeißen wieder ein Mikro-ATX da rein. Und das kostet 80,69 Euro bei csvdirekt.de. Das Netzteil ist ein 500 Watt CSL 82% Effizienz. Nehmen wir jetzt den Spitzenverbrauch des Prozessors mit 148 Watt und dann noch den Verbrauch der Grafikkarte mit 165 Watt. Seid da bummelig bei knapp über 300 Watt. Das funktioniert. Klar, das Mainboard und die Lüfter verbrauchen auch noch ein bisschen was, aber ja, das funktioniert tatsächlich mit einem 500 Watt Netzteil. Ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll, wenn das Ding keine Zertifizierung hat und auch gerade mal 34,90 Euro kostet. Ich persönlich, auch viele aus der Community sagen auch immer, das Netzteil ist eine wichtige Komponente im System. Da sollte man nicht sparen, weil wenn das Netzteil euch abbraucht, nimmt es meistens die Hardware mit in den Tod. Hätte ich auch definitiv ein anderes genommen. Die haben wahrscheinlich super Einkaufspreise, bezahlen irgendwie 15 Euro oder so im Einkauf dafür. Hätte ich nicht genommen. Von mir aus noch ein System Power von Be Quiet oder so oder ein Seasonic G12 oder wie die Dinger heißen, so diese Billigsparten. Da ist wenigstens eine Zertifizierung drin, hier halt nicht. Was wir dazu bekommen, ist aber 24 Monate Herstellergarantie und man bekommt halt noch ein Aktionsprodukt von Asus mit dabei. Meistens ein Mauspad oder so eine billige Maus oder sonst irgendwas, weil halt viele Asus-Komponenten hier drin sind. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, den CPU-Kühler und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.100,84 Euro und das System kostet 999 Euro. Natürlich, das Mainboard ist jetzt aktuell ein bisschen teurer, als es vorher war. Preislich gesehen gar kein Problem. Konfigurationstechnisch habe ich ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Mainboard und Bauchschmerzen halt bei dem Netzteil. Und der CPU-Kühler ist auch ein bisschen zu klein. Vielleicht konfiguriert ihr euch den PC so ein bisschen um, dass was Besseres reinwandert. Ich hoffe nur, dass das Aktionsprodukt dann noch geht. Also man soll dann wohl irgendwie Asus nehmen. Aber ich würde ihn mir, auch wenn er jetzt im Verhältnis zur Geizheitsliste relativ günstig ist, so nicht kaufen. Also nicht so stock. Und wenn ihr wirklich jeden Euro zweimal umdrehen müsst, okay, dann ändert zumindest den Kühler und das Netzteil. Mainboard kann euch dann noch egal sein, wenn ihr das System so belasst und hinterher nicht irgendwie aufrüsten wollt. Eine Alternative kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Ich habe schon geschaut bei MyPC, ich habe bei Krodos geguckt, ich habe bei Dubaro geguckt. Es gibt ähnliche Systeme, aber dann nicht mit einem 14400er von Intel, sondern halt mit einem 7500F von AMD. Wenn ihr euch dann noch irgendwelche Systeme in der Preisklasse wünscht, postet sie im Video-Vorschläge-Kanal. Dann kann ich auch mal andere Links nehmen, als immer nur die von Gladiator. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ihn euch nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.